Hallo. In Deutschland gilt, eine qualifizierte Ausbildung soll nicht am Geld scheitern. Daher gibt es keine Studiengebühren und zusätzlich verschiedene Möglichkeiten, die weiteren Kosten für ein Studium zu finanzieren. Das BAföG oder ein Stipendium. Das BAföG ist ein Kredit, der zur Hälfte nach Beendigung des Studiums zurückgezahlt werden muss. Nähere Informationen gibt es beim Studentenwerk der Hochschule. Dort kann das BAföG auch beantragt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung ist ein Stipendium. Dabei handelt es sich um einen einmaligen oder einen dauerhaften Zuschuss während des Studiums. Auch hier muss man sich bewerben. Für manche Stipendien, wie zum Beispiel das Deutschlandstipendium bei der Hochschule, für andere bei der jeweiligen Organisation. Hier ist eine erste Übersicht zum Thema Stipendium, weitere Folgen.